Das SCS bietet zahlreiche Vorteile gegen konventionelle Stromverteilung. Da ist zum einen der geringere Platzbedarf, aber auch die Möglichkeit, das SCS flexibel im Fahrzeug zu installieren. Zusätzlich bieten wir erweiterte Diagnosefähigkeiten, das heißt wir bieten Strommessung, wir bieten Spannungsmessung, aber auch Temperaturmessung. Damit können Überströme und Kurzschlüsse erkannt werden und es ist auch möglich, zusätzlich Lasten von Fernwieder einzuschalten. Auf der einen Seite gewährleisten wir die Sicherheit mit dem elektronischen Lastschutz. Das heißt, die Lasten werden sicher ausgeschaltet im Fehlerfall, können aber auch aus der Ferne wieder eingeschaltet werden, um die Funktion der autonomen Maschine wieder aufzunehmen. Zusätzlich zum elektronischen Lastschutz verfügen unsere SCS-Module über den Safe-State-Modus. Das bedeutet, dass im Falle eines Kommunikationsverlustes mit dem Steuergerät die Ausgänge in einen vordefinierten Zustand wechseln. Dadurch wird die Sicherheit der Maschine gewährleistet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017